Hallo und willkommen zu einem ganz kurzen DSK durchgebettert Video. Wirklich nur einem sehr kurzen, denn ich möchte hier nur einfach ganz kurz die Havena-Karte aus DSK zeigen. Und ich habe es hier in der digitalen Variante und da seht ihr natürlich schon, das sind zwei Seiten, aber das ist relativ, denn das ist einfach nochmal genau das gleiche auf der zweiten PDF-Seite. Und ja, man sieht hier eben entsprechend schön die Legende, auch die ganzen Nummern sehr, sehr schön mit kleinen Vignetten hier die eigene Zeichnung haben. Umgesetzt, man kann die Viertel erkennen, Orgendorf, Oberfluren und so weiter. Der schwarze Spiegel, das Wasser, wo die Katzen natürlich nicht rein wollen. Und ja, hier noch eine schöne Zeichnung, wo das Hundeland dann vielleicht beginnen könnte. Ja, sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Und ja, sonst eben grob schematisch. Es ist für die Katzen ja eben auch nicht so sehr wichtig, ob da irgendwelche ganz speziellen Sachen sind. Also bei Menschen wäre das vielleicht noch so ein bisschen wichtiger, wo was vielleicht ist als Detail. Aber für Katzen sind eben manche Details nicht so wichtig. Deswegen ist es wahrscheinlich hier alles etwas schematischer. Und wir können hier auch nochmal weiter reinzoomen und schauen, wie sich dann die Auflösung verändert. Hier sind wir schon bei 300%, immer noch alles mega scharf. 400%, 600%, immer noch recht scharf. Und jetzt merkt man langsam hier bei 800%, dass es ein bisschen pixeliger wird. Hier 1200%, 1600, 2400%. Da merkt ihr dann, okay, da wird es dann wirklich dann pixelig. Jo. Und das PDF-Pack wird euch auf jeden Fall auch noch ergänzt mit einer JPEG-Datei. Ihr bekommt nämlich die Havena-Karte noch als JPEG-Datei. Ja, und ich habe das, glaube ich, auch schon mal, also die Karte habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt, als es um das DSK-Grundregelwerk ging. Aber da war sie eben, ja, sozusagen falsch rumgedreht. Und ich habe dann auch nicht nah reingezoomt. Nah reingezoomt. Ja, gut. Aber das soll es dann eben auch schon gewesen sein. Und ja, dann bis denn.